Halb Spanien stöhnt und schwitzt. Eine außergewöhnliche Hitzewelle lässt den südlichen Teil des Landes um Luft drängen. Extremtemperaturen von 40 Grad und darüber könnten noch die ganze Woche anhalten. Selbst für sonnenverwöhnte Spanier ist das Anfang Juni eindeutig zu viel. Das ist sehr ungewöhnlich, so eine Hitze haben, denn normalerweise viel später. Wir haben noch nicht mal Sommer und die Temperaturen erreichen 40 Grad, dann müssen wir im August wohl im Bikini herumlaufen. In den betroffenen Regionen haben die Behörden Warnstufen ausgerufen. Gefährdet sind besonders ältere Menschen und auch diejenigen, die im Freien arbeiten müssen. Normalerweise erreicht das Thermometer Anfang Juni um die 30 Grad, doch nun färbt sich die Karte schon tiefrot ein. Diese Hitzewelle in Spanien ist außergewöhnlich. Zum einen, was die Temperaturen angeht, die liegen zurzeit 10 bis 12 Grad höher als das, was wir normalerweise Anfang, Mitte Juni dort haben würden. Der andere Punkt ist, die Hitzewellen kommen in Europa immer früher. Wir erleben jetzt schon im Mai oder im Juni Temperaturen, die wir früher erst Ende Juli, Anfang August hätten. Für Spanien ist es die früheste Hitzewelle seit mindestens zwei Jahrzehnten. Erst am kommenden Wochenende sollen die Temperaturen wieder sinken. Nachgefragt bei Stefan Schaaf in Madrid. Wie geht Spanien mit diesen heißen Temperaturen um? Es stöhnen natürlich alle Spanierinnen und Spanier. Das machen sie alle, aber jeder hat so sein Geheimrezept. Besonders beliebt ist der Gang in das Einkaufszentrum mit einer funktionierenden Klimaanlage. Manche Menschen fahren auch einfach länger mit der Metro, weil da die Air Condition funktioniert. So hat jeder so sein Rezept. Die Behörden haben reagiert. Wir haben es gehört. Sie haben eine Warnstufe, die Warnstufe Orange, ausgerufen. Das bedeutet, dass sich die Gesundheitszentren etwa verstärkt um ältere Menschen kümmern müssen, sie kontaktieren. Oder auch, dass die Bauarbeiter jetzt mit ihrer Arbeit früher anfangen am Morgen und auch entsprechend früher wieder aufhören. Also die Behörden haben auf diese außergewöhnliche Situation reagiert. Die Spanier sind ja diese heißen Werte eigentlich gewöhnt, aber nicht um diese Jahreszeit. Wer leidet denn besonders unter der Hitze? Das sind vor allen Dingen die älteren Menschen. Die müssen aufpassen, dass sie einfach genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Es gibt Ortschaften in Andalusien. Da fährt die lokale Polizei durch die Straßen und klingelt eben bei älteren Einwohnern und verteilt Wasser. Da gibt es solche Programme. Und es sind natürlich auch einfach die Menschen mit dem Geldbeutel, der eben es nicht hergibt, dass man zu Hause eine Klimaanlage hat. Da sind die Zustände natürlich in der Innenstadt, wo die Hitze ja besonders noch reflektiert wird. Am Abend einfach sehr schlimm. Und da ist es natürlich sehr schwierig, sich Kühlung zu verschaffen. Und Klimaanlagen jetzt mit steigenden Strompreisen, das ist natürlich ohnehin ein schwieriges Kapitel. Also es trifft natürlich vor allen Dingen auch die ärmeren Bevölkerungsschichten. Und kann man dann nachts überhaupt schlafen, wenn die Temperaturen nicht deutlich sinken? Ohne Klimaanlage oder ohne Ventilator ist das eigentlich kaum noch möglich. Die Luft, die steht einfach. Es ist drückend heiß. Man spricht dann auch von den tropischen Nächten. Dann sinken die Temperaturen nicht unter 27, 28 Grad. Also das ist dann eine unerträgliche Situation. Man braucht in gewisser, in irgendeiner Weise eine Lüftung, einen Ventilator. Ohne das geht es nicht. Und wie groß ist die Gefahr von Waldbränden? Die ist enorm groß. Und wir haben ja schon einen größeren Waldbrand in der vergangenen Woche in der Nähe von Marbella gehabt. Da mussten über 2000 Menschen vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Also auch das ist ein Indiz, dass es sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise beginnt die sogenannte Waldbrandsaison im Juli oder auch erst im August. Dass wir das jetzt schon Anfang Juni haben, ist einfach außergewöhnlich. Und inwieweit ist diese frühe Hitze auf den Klimawandel zurückzuführen? Es gibt in der Tat immer mehr Wissenschaftler hier in Spanien, die auf diesen Zusammenhang hinweisen. Die sagen, wir haben im letzten Jahrzehnt bis 2020 doppelt so viele Hitzewellen gehabt wie in den Jahrzehnten zuvor. Dann verweisen sie eben auf diesen Umstand, dass die Hitzewellen immer früher anfangen. Und wir haben auch hier im Winter schon eine lange Trockenperiode gehabt. Die Stauseen haben einen historischen Tiefstand verzeichnet. Und all das zusammen deutet eben darauf hin, dass man von einem direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel sprechen muss. Sind die Menschen denn bereit, etwas an ihrem Verhalten auch zu ändern? Das ist eine schwierige Frage. Die Diskussion, die geht langsam in Gang. Es gibt eine Diskussion auch in den Städten, wie man darauf reagieren kann, ob man Kühlzentren in den Städten für die Menschen einrichten sollte, ob man die Architektur verändern sollte, mit Korridoren die Lüftung verschaffen. Aber das ist eine Diskussion, die erst langsam in Gang kommt. Dankeschön. Stefan Schaaf nach Madrid. Vielen Dank.